Einen schönen guten Morgen Ihnen hier in der Skylash und auch allen, die uns online heute zuschauen. Mein Name ist Sabine Mateka und ich freue mich sehr, dass ich heute sozusagen als Vertreterin der österreichischen Richterinnen und Richter zu dieser Tagung beitragen darf und sie heute Vormittag durch das erste Panel führen kann. Zudem darf ich ganz herzlich begrüßen zu meiner rechten Herrn Universitätsprofessor Dr. Franz Merli, Universitätsprofessor für Staats- und Verwaltungsrecht an der Universität Wien und zu meiner linken Herrn Präsident Dr. Hubert Wolf, Präsident des österreichischen Rechtsanwaltskammer-Tags. Ich werde Ihnen die beiden Herren nachher noch einmal etwas genauer vorstellen, bevor Sie Ihre Referate halten. Im Anschluss an die beiden Beiträge wird es dann die Möglichkeit einer Diskussion geben. Wir werden ungefähr eine halbe Stunde Zeit haben und ich lade bereits jetzt alle hier anwesenden Damen und Herren, aber auch Sie zu Hause oder wo auch immer Sie uns heute zuschauen, dazu ein, dass Sie Ihre Fragen stellen an unsere Referenten. Wir haben hier Unterstützung. Die Kollegin Sterringer wird hier den Chat überwachen und wird alle Ihre Fragen entgegennehmen und wird Sie dann auch an unser Podium weitergeben. Das heißt, bitte beteiligen Sie sich auch online intensiv an unserer Diskussion. Das würde uns sehr freuen. Ja, Herr Professor Merli, wir werden mit Ihrem Referat beginnen. Die akademische Karriere von Professor Franz Merli hat in Graz begonnen, wo er auch habilitiert hat, hat ihn dann weitergeführt an die Universität Heidelberg, an die Juristische Fakultät der Technischen Universität in Dresden und schließlich wieder zurück in die Heimat an die Universität Graz. Dazwischen gab es mehrere Gastprofessuren in den USA und seit 2015 ist er eben Universitätsprofessor hier an der Universität in Wien für Staats- und Verwaltungsrecht. Herr Professor Merli hat seine Schwerpunkte in der Forschung im europäischen und vergleichenden Verfassungs- und Verwaltungsrecht. Er beschäftigt sich mit der Wechselwirkung zwischen nationalem und übernationalem Verfassungs- und Verwaltungsrecht, mit Grundrechtsschutz und mit ganz allgemein mit der Weiterentwicklung des Verwaltungsrechts, des allgemeinen Verwaltungsrechts. Er hat sich auch mit vielen aktuellen Themen in letzter Zeit beschäftigt, darunter mit der Diskussion der sehr umstrittenen Sicherungshaft, auch mit Fragen der Grundrechtseingriffe oder Einschränkungen im Rahmen der Pandemie. Er war Mitglied der unabhängigen Untersuchungskommission nach dem Terroranschlag in Wien und um mit einem etwas positiveren Beispiel noch zu enden, er ist Mitglied einer Arbeitsgruppe des European Law Institute, das sich mit der Verwendung künstlicher Intelligenz in der Verwaltung beschäftigt, also auch ein sehr grundrechtssensibles Thema. Herr Professor Merli, wir freuen uns sehr auf Ihren Beitrag zur Bedeutung der MAK für die österreichische Grundrechtsordnung. Danke. Ja, guten Morgen, herzlichen Dank für die Einbegleitung und für die Einladung. Ich möchte mich dem Thema der Bedeutung der MAK für die österreichische Grundrechtsordnung in drei Thesen nähern. Erste These, die MAK hat die österreichische Grundrechtsordnung grundlegend umgestaltet. Das ist sozusagen die konventionelle Erzählung. Zweite These, die MAK hat eine österreichische Grundrechtsordnung verhindert. Und dritte These, die heutige Bedeutung der MAK liegt vor allem in ihrem internationalen Charakter. These 1, die MAK hat die österreichische Grundrechtsordnung grundlegend umgestaltet, blickt jubiläumsadäquat zurück und fragt sich, was passiert ist. Das ist eine lange und komplizierte Entwicklung. Wir kennen alle einzelne Elemente und wir haben jetzt auch schon einige gehört. Aber wir sehen selten auf das Ganze und das Zusammenwirken vieler, vieler Einzelprozesse. Die MAK hat uns zunächst neue Grundrechte beschert. Das ist so selbstverständlich, dass es in den meisten Festreden gar nicht erwähnt wird. Finde ich bemerkenswert. Ich möchte ein paar von Ihnen zumindest erwähnen und auf ihre Auswirkungen eingehen. Neu ist das Recht auf Leben des Artikel 2 MAK. Das Recht auf Leben wird zwar im Staatsvertrag von Saint-Germain erwähnt, sogar ausdrücklich als Schutzpflicht, hat aber praktisch nie eine Rolle gespielt. Artikel 2 MAK dagegen hat jeden lebensbedrohlichen staatlichen Waffengebrauch zum Grundrechtseingriff gemacht, eine Untersuchungspflicht von Tötungen begründet und auch positive Handlungspflichten des Staates, wie zum Beispiel die ärztliche Versorgung und Ernährung im Arrest grundrechtlich abgesichert. Ähnlich setzt Artikel 3 MAK, das Verbot der Folter und von unmenschlicher oder erniedrigender Behandlung oder Strafe staatlicher Gewalt eine absolute Grenze. Eine Grenze, die trotz allen Fortschritts noch immer relevant bleibt. Artikel 2 und 3 MAK zusammen haben als Basis des Revoulementverbots schließlich große Bedeutung für die Ausweisung und die Abschiebung, für die Rückführung und für die Auslieferung und für jede noch anders betitelte Außerlandesschaffung von Ausländern. Wir haben da ja viele unterschiedlich benannte Instrumente. Für sie alle gilt das Revoulementverbot und in gewisser Weise ersetzt es ein verfassungsgesetzliches Asylrecht bis zu einem gewissen Grad. Artikel 6 hat gemeinsam mit Artikel 13 und den Verfahrensgarantien des siebten Zusatzprotokolls unseren Sinn für die verfahrensrechtliche Dimension des Grundrechtsschutzes gestärkt. Neben den Procedural Limbs, wie sie genannt werden, auch der materiellen Grundrechte. Für den Zugang zu unabhängigen und unparteilichen Gerichten und ein faires Verfahren mit Waffengleichheit der Parteien für die Probleme der Doppelbestrafung und der Unschuldsvermutung einige zu nennen. Das hat unter anderem zur Beseitigung Obrigkeit staatlicher Rechte, Privilegien der Staatsanwaltschaft zum Beispiel, im Strafverfahren geführt, zu seiner Erneuerung nach einer verurteilenden Entscheidung des Europäischen Gerichtshofes für Menschenrechte. Eine Zuständigkeit, die übrigens der OGH inzwischen Verstärkung seiner Rolle als Grundrechtsgericht deutlich ausgebaut hat. Für das Verwaltungsrecht musste das gesamte in der Verfassung vorgesehene Rechtsschutzsystem umgestaltet worden. Das ist ja schon zweimal angesprochen worden. Zuerst durch die Schaffung der UVS und einer Vielzahl anderer unabhängiger Rechtsschutzinstanzen innerhalb der Verwaltung. Dann wurden diese gerichtsähnlichen Verwaltungsbehörden durch echte Verwaltungsgerichte ersetzt, die wie die Behörden in der Sache selbst, aber eben unabhängig und hoffentlich besser entscheiden. Artikel 8 garantiert das Privatleben und das Familienleben. Besonders produktiv hat sich das Recht auf Privatleben erwiesen. Es kreist um die Felder körperliche Unversehrtheit, Stichwort Impfpflicht, Selbstbestimmung, Identität und Geltungsanspruch sowie soziale Beziehungen. Es schützt damit vieles, was uns heute wichtiger ist oder wichtiger geworden ist, als es vielleicht früher war. Und es bietet uns mehr Möglichkeiten der individuellen Unterscheidung. Das Recht auf Familienleben wiederum spielt inzwischen eine zentrale Rolle als Schranke für die Entziehung von Aufenthaltstiteln bei Ausländern. Über die Umgestaltung des Obsorgerechts wurde ja schon gesprochen. Man könnte noch erwähnen, etwa das Recht auf Bildung oder das Verbot von Kollektivausweisungen als neue Grundrechte. Darüber hinaus hat die Menschenrechtskonvention vorhandene Rechte ganz wesentlich modifiziert. Wiederum einige Beispiele nur. Artikel 5, das Recht auf persönliche Freiheit, hat eine alte, schwächere nationale Garantie abgelöst und zu einer neueren, im Vergleich mit der MAK stärkeren innerstaatlichen Garantie geführt. Dem BVG zum Schutz der persönlichen Freiheit aus 1988. Dem übrigens fast einzigen systematischen Fortschritt der innerstaatlichen Grundrechtsordnung in den letzten 100 Jahren, wenn ich das sagen darf. Besonders wichtig daran ist die Beschränkung der Haftgründe und ein ausreichender gerichtlicher Rechtsschutz. Und auch die Einführung der Grundrechtsbeschwerde beim OGH gehört in diesen Zusammenhang. Die Religionsfreiheit des Artikel 9 umfasst auch die Konstituierung der religiösen Gemeinschaften als juristische Personen und die Gleichbehandlung der Religionen untereinander. Die Kommunikationsfreiheit des Artikel 10 schützt auch verstörende Meinungen und kommerzielle Werbung und garantiert die Freiheit des Rundfunks, sodass ein Monopol nicht mehr zulässig ist. Sie steht in einem besonderen Zusammenhang mit der Demokratie und deshalb dürfen Medien und NGOs als Public Watchdogs nur unter ganz engen Voraussetzungen und Beschränkungen auferlegt werden. Umgekehrt müssen Public Figures wie Politiker im öffentlichen Diskurs eben mehr aushalten als andere Menschen. Das alles haben wir in einer ganzen Reihe von Entscheidungen des EGMR gegen Österreich mühsam lernen müssen. Auch ein Recht auf Zugang zu Informationen lässt sich unter bestimmten Umständen aus Artikel 10 MRK ableiten. Da kämpfen wir derzeit noch mit der Verwirklichung. Zum Eigentum des ersten Zusatzprotokolls gehören auch öffentlich-rechtliche Ansprüche. Die Bestimmung verlangt auch eine Entschädigung für Enteignungen. Artikel 3 Absatz 1 Artikel 3 des ersten Zusatzprotokolls gewährt das Wahlrecht grundsätzlich auch den Strafgefangenen. Und für seine Aperkennung im Einzelfall mussten wir erst die Verfassung ändern, um eine entsprechende Grundlage dafür zu haben. Das sind alles Beispiele für solche modifizierende Wirkungen. Die beiden Einwirkungen zusammen, neue Grundrechte und weitere Schutzbereiche für alte Grundrechte, hat die Position von Ausländern ganz wesentlich verbessert. Sie können sich jetzt auch auf die ehemaligen Staatsbürgerrechte der Versammlungsfreiheit und der Vereinigungsfreiheit berufen. Sie profitieren vom Verbot der Kollektivausweisung und des Artikel 4 des vierten Zusatzprotokolls, dem Verfahrensschutz bei Ausweisungen und vor allem von den erwähnten Grenzen, die Artikel 2 Absatz 3, Artikel 2, 3 und 8 in Verbindung mit Artikel 13 Ausweisungen und Abschiebungen setzen. Die Liste dieser Änderungen lässt sich natürlich fortsetzen. Bei der Auslegung und Weiterentwicklung dieser neuen Grundrechtsgehalte ist der VfGH nach anfänglichen Fremdeln, wenn ich das so nennen darf, weitgehender Rechtsprechung des EGMR gefolgt. Einen wirklichen Konflikt gab es nur einmal, als der VfGH nämlich grundsätzliche Hindernisse sah der Rechtsprechung des EGMR zum Verwaltungsrechtsschutz zu folgen und mit einer Kontrolle der Rechtmäßigkeit des Beitritts, des österreichischen Beitritts zur EMHK drohte. Das Problem wurde dann in der Folge judikativ von beiden Seiten klugerweise nicht auf die Spitze getrieben und legislativ zunächst entschärft und dann schon nach 20 Jahren mit der zweistufigen Verwaltungsgerichtsbarkeit gelöst. Das ist also weg jetzt. Im Übrigen gab es immer wieder punktuelle Abweichungen zwischen den Rechtsprechungen, besonders in Bereichen, in denen die Rechtsprechung des EGMR selbst noch unklar war oder in denen der VfGH Unterschiede im Sachverhalt sah, zum Beispiel beim Doppelbestrafungsverbot, beim Wahlrecht für Häftlinge oder kürzlich bei der Jagd als Eigentumsbeschränkung. Aber im Großen und Ganzen hat der VfGH dem EGMR treue Gefolgschaft erwiesen, bei den öffentlich-rechtlichen Vermögenspositionen, als Teil der Eigentumsgarantie etwa oder nach einigen Zögern bei Diskriminierungen wegen der sexuellen Ausrichtung. Und im Manken hat er diese Judikatur auch weiterentwickelt. Vor allem aber hat der VfGH dabei einen neuen Umgang mit dem Recht gelernt. Eine stärker zielbezogene Auslegung, eine Einbettung in einen Wertekontext, hier der Demokratie mit den Werten Freiheit, Pluralität und Toleranz. Eine Anwendung, die nicht die Entstehungsgeschichte der Norm, sondern die aktuellen Verhältnisse in den Mittelpunkt stellt und Grundrechte daher auch als erweiterbar betrachtet. Die Anerkennung von Schutzpflichten des Staates statt der formelhaften Ablehnung der Drittwirkung. Die Bedeutung der verfahrensrechtlichen Dimension für den Grundrechtsschutz. Das Verständnis von Grundrechten als Prinzipien, die mehr oder weniger erfüllt werden können und die mit öffentlichen Interessen oder Rechten anderer konkurrieren. Die Verhältnismäßigkeitsprüfung als Anforderung auch an die Gesetzgebung und die Abwägung als ihr Kern. Viel davon, vor allem die Verhältnismäßigkeitsprüfung, hat der VfGH auch auf die Grundrechte des Staatsgrundgesetzes übertragen. Und man muss sagen, er hat dabei einen weiten Weg zurückgelegt, wenn man daran denkt, dass er zu Beginn seiner Tätigkeit noch entschieden ausgeschlossen hatte, das ist ein Zitat, sich über das allgemeine Beste, den Wert der vielfach entgegenstehenden Interessen und die zwischen ihnen zu schließenden Kompromisse eine Meinung zu bilden. Es gibt noch einzelne Relikte der alten Grundrechtsprechung, nennen wir das Recht auf gleiche Zugänglichkeit öffentlicher Ämter in Artikel 3 Staatsgrundgesetz, aber das sind Ausnahmen. Nun, das ist alles oft beschrieben worden und kluge Leute weisen dann immer darauf hin, dass es natürlich auch innerstaatliche Anknüpfungspunkte für diesen Judikaturwandel gab. Und wir werden ja am Nachmittag von Michael Holubeck sehr sicher noch mehr dazu hören. Was meines Erachtens aber weniger wahrgenommen wird, ist, wie stark dieses Denken inzwischen auch schon in das Staatsorganisationsrecht vorgedrungen ist, das ja nach wie vor bei manchen als Domäne eines versteinerten Formalismus dargestellt wird. In Wirklichkeit hat dieses weiche Denken auch das Staatsorganisationsrecht schon relativ stark geformt. Wir operieren mit Prinzipien, mit Abweichungen, mit Abwägungen und dem Überwiegen bestimmter Elemente, zum Beispiel beim Begriff der Gesamtänderung der Bundesverfassung, bei den Baugesetzen, die eben auch Grundprinzipien genannt wird, dem flexiblen Determinierungsgebot für gesetzliche Ermächtigungen, dem System der hierarchischen Ministerialverwaltung und Ausnahmen dazu durch Ausgliederungen und Weisungsfreiheit, beim Konzept der angemessenen Aufsicht, das sich jetzt auch schon im BVG selbst findet, der Berücksichtigung kompetenzfremder Belange bei der Abgrenzung der Hoheitsverwaltung von der Privatwirtschaftsverwaltung, bis hin zur Zulässigkeit von Individualanträgen auf Normenkontrolle und der Zugutbarkeit anderer Rechtswege. Wir sehen also, das ist weit fortgeschritten. Doch zurück zur EMAK. Sie hat viel bewirkt, das sollte nun deutlich geworden sein, und eine bestimmte Wirkung behandelt auch meine zweite These. Die EMAK hat eine österreichische Grundrechtsordnung verhindert. Das ist natürlich eher eine Hypothese als eine These, denn um sie plausibel zu machen, müssen wir uns fragen, ob sich ohne die geschilderte starke Rolle der Menschenrechtskonvention eine vollständigere österreichische Grundrechtsordnung entwickelt hätte. Das lässt sich natürlich nicht beweisen. Ich meine aber ja. Ich glaube, dass Österreich mit dem Bestand der Grundrechte aus dem Staatsgrundgesetz und den paar punktuellen Ergänzungen dazu, die es anderswo gibt, auf Dauer nicht ausgekommen wäre. Zwar hätte der VfGH sicher das eine oder andere ungeschriebene Grundrecht erfinden können. Und aus dem Gleichheitssatz lässt sich ohnehin alles Gewünschte ableiten, wie zum Beispiel jüngst die Entscheidung zur Sterbehilfe zeigt, in der der Gerichtshof ausspricht, ich vereinfache ein bisschen, dass Gleichheit Freiheit ist. Doch setzt das schon eine gerichtliche Innovationsbereitschaft voraus, die der Verfassungsgerichtshof erst und vor allem im Umgang mit einer starken Menschenrechtskonvention gelernt hat und die ohne diese Erfahrung vielleicht nicht so ausgeprägt wäre. Vor allem hat es aber immer wieder den Wunsch nach einem echten Verfassungstext gegeben, einem zeitgemäßeren und vollständigeren nationalen Grundrechtskatalog. Dazu sind mehrere Kommissionen eingesetzt worden und zuletzt hat auch der Österreich-Konvent intensiv sich damit auseinandergesetzt. Aus allen diesen Projekten ist meines Erachtens nicht deshalb nichts geworden, weil man sich nicht einigen konnte, sondern weil man sich nicht einigen musste. Es gab ja ohnehin schon eine starke EMHK als Ersatzlösung. Dass es aber so eine starke EMHK gab, das war keinesfalls zwingend. Ich glaube zwar nicht, dass es in der politischen Situation der Nachkriegszeit für Österreich eine realistische Alternative zum Beitritt zur Menschenrechtskonvention gegeben hätte, aber die Menschenrechtskonvention bezieht ihre innerstaatliche Stärke ja erst aus ihrem Verfassungsrang und ihrer unmittelbaren Anwendbarkeit und beides ist, anders als uns das heute erscheint, keineswegs selbstverständlich. Verfassungsrang und unmittelbare Anwendbarkeit sind zunächst völkerrechtlich nicht gefordert. In welchem Rang die EMHK steht und ob sie direkt oder über Umsetzungsvorschriften angewendet wird, das macht aus völkerrechtlicher Sicht keinen Unterschied und das zeigt ja auch der Vergleich zwischen verschiedenen Mitgliedstaaten. Es kommt nur darauf an, dass sie respektiert wird. Das BVG sah damals, da galt noch die Stammfassung, zwar die Möglichkeit von Staatsverträgen im Verfassungsrang vor, übrigens eine bemerkenswerte Besonderheit im internationalen Rechtsvergleich. Wie diese Möglichkeit aber zu nutzen war und ob und unter welchen Voraussetzungen sie genutzt werden musste, das war Gegenstand intensiver und kontroverser Debatten, die wir heute großteils vergessen haben. Nach Artikel 50 Absatz 2 des damaligen BVG waren für die Genehmigung des Staatsvertrags auch Artikel 44 Absatz 1 über die Erlassung von Verfassungsgesetzen sinngemäß anzuwenden, Zitat, wenn durch den Staatsvertrag ein Verfassungsgesetz geändert wird. Das konnte man so verstehen, dass es für Staatsverträge galt, deren Inhalt geltendem Verfassungsrecht widersprach. Oder auch für solche Staatsverträge die Verfassungsrechte nur ergänzten. Oder aber ganz unabhängig von ihrem Inhalt für solche Staatsverträge, für die die Gesetzgebung den Verfassungsrang eben wollte. Der VfGH verneinte zunächst den Verfassungsrang der EMHK, weil sie nicht als Verfassungsändern bezeichnet wurde, obwohl die sinngemäße Anwendung des Artikel 44 Absatz 1 BVG das erfordert hätte. Der Verfassungsgesetzgeber stellte daraufhin bekanntlich ihren Verfassungsrang in einem BVG ausdrücklich fest und klärte damit die Sache. Ausschlaggebend dafür konnte aber kaum die Meinung gewesen sein, der Inhalt der EMHK stehe im Widerspruch zur Verfassung, denn das wurde in den Materialien ganz anders gesehen. Vielmehr fühlte sich der Gesetzgeber dazu verpflichtet, weil es um Grundrechte ging. Das hielt ihn allerdings nicht davon ab, spätere Verträge wie die UN-Menschenrechtspakte nur im einfach gesetzlichen Rang zu genehmigen. Also richtig schlau wird man nicht heraus, warum das geschehen ist, freiwillig oder aus eingebildeter Verpflichtung. Das ist nicht klar. Der Verfassungsgerichtshof bestritt auch die unmittelbare Anwendbarkeit mehrerer Bestimmungen der EMHK und die Bundesregierung teilte diese Meinung offenbar, weil sie 1959 eine Regierungsvorlage zu einem BVG erstellte, mit dem die erforderlichen Bestimmungen zur Erfüllung der von Österreich durch die Ratifikation der Konvention übernommenen Verpflichtungen getroffen werden soll. Nach der ausdrücklichen Verankerung des Verfassungsrangs der EMHK änderte der VfGH mit Berufung auf diese Verankerung seine Rechtsprechung und akzeptierte die unmittelbare Anwendbarkeit einer bestimmten Bestimmung der EMHK. Das kann man verstehen, weil die sehr allgemeinen Formulierungen der Menschenrechtskonvention auf Verfassungsebene natürlich weniger auffallen. Sie passen ja zu Wendungen, wie das Eigentum ist unverletzlich oder ähnlicher Passagen aus dem Staatsgrundgesetz. Aber eigentlich haben da Rang und die unmittelbare Anwendbarkeit natürlich nichts miteinander zu tun. Und der Verfassungsgerichtshof hat auch anderen Bestimmungen der EMHK die unmittelbare Anwendbarkeit auch dann noch ausgesprochen, als die Begründung eigentlich weggefallen ist, weil der Verfassungsrang der EMHK schon feststand. Erst später und nach und nach akzeptierte er diese unmittelbare Anwendbarkeit und der BVG-Entwurf zur Umsetzung der EMHK verschwand in der Schublade und es wurde nicht mehr von ihm gesprochen. Was ich mit all dem sagen will, ist, es hätte auch ganz anders kommen können. Die EMHK hätte ein obskurer Staatsvertrag bleiben können, den man außerhalb des Völkerrechts, wie etwa in Deutschland, erst in den 90er Jahren und vielleicht im Zusammenhang mit dem EU-Beitritt entdeckt hätte. Und wenn das so gewesen wäre, dann hätten wir möglicherweise inzwischen einen eigenen Grundrechtskatalog aus dem 20. Jahrhundert. Als die Zeitschrift für öffentliches Recht vor kurzem nach dem besten VfGH-Erkenntnis gefragt hat, da war ich versucht, die genannte Entscheidung über den einfach gesetzlichen Rang der EMHK zu nominieren. Ich habe dann davon Abstand genommen, weil ich mir gedacht habe, das Beste ist es doch nicht. Aber es war sicher eines der folgenreichsten Erkenntnisse, denn es hat den Gesetzgeber veranlasst, sich auf den Verfassungsrang der EMHK festzulegen und damit die Grundentscheidung für einen internationalen Grundrechtsschutz innerhalb des nationalen Rechts getroffen. Und damit bin ich schon bei meiner dritten These. Die dritte These lautet, die heutige Bedeutung der Menschenrechtskonvention liegt vor allem in ihrem internationalen Charakter. Das beginnt damit, und es wurde ja auch schon angesprochen heute, dass wir ganz selbstverständlich einen Umgang mit einem internationalen Vertrag pflegen, was für innerstaatliche Juristen nicht immer selbstverständlich ist. Die Menschenrechtskonvention ist Teil der Ausbildung, die Auseinandersetzung damit, und zwar im Verfassungsrecht und nicht im Nebenfach Völkerrecht, wenn ich das hier so sagen darf. Das führt dazu, dass wir fremde Rechtsprechung kennenlernen, dass wir andere Argumentationsweisen sehen, dass wir fremdsprachliche Urteile lesen und dass wir auch hinnehmen eine fremde Rechtsprechung, weil wir uns darum gewöhnt haben. Die eigene Verfassungsidentität wird uns in der Gegenüberstellung mit der Rechtsprechung des EGMR klarer. Und das ist auch eine Art Konflikt-Training auf der einen Seite. Auf der anderen Seite schafft es auch so etwas wie ein Zugehörigkeitsgefühl und eine Art europäische Identität. Zudem hat natürlich diese internationale Absicherung eine bei der Legitimierung der österreichischen Politik und überhaupt staatlichen Situation nach außen geholfen, etwa als die Schüsselregierung an der Macht war und ein bisschen unter Druck bekommen ist. Der internationale Charakter der EMHK war auch die beste Vorbereitung für den EU-Beitritt. Wir waren vieles schon gewohnt und die Grundrechtecharta konnte uns nicht mehr schrecken. Das kannten wir sozusagen im Kern schon. Vor allem aber, und das ist jetzt der wichtigste Punkt, ist damit eine externe Kontrolle verbunden und die Tatsache, dass der Maßstab für die Grundrechtsprüfung nicht in unserer alleinigen Hand ist. Wir können ihn nicht allein abändern. Das halte ich für durchaus notwendig und hier zum Schluss noch einige Beispiele aus der letzten Zeit, die das vielleicht illustrieren sollen. Frank Stronach hat die Todesstrafe für Berufskiller gefordert. Keine gute Idee aus der Sicht der EMHK, aber wäre schon Frank Stronach. Jürgen Bodenseher, ein ÖVP-Abgeordneter, hat die Todesstrafe für Kinderschänder gefordert, allerdings nur in krassen Fällen. Er hat auch Kritik von Parteifreunden bekommen, aber wäre Jürgen Bodenseher. Den Stadtrat Peter Hacker kennen wir. Der hat sich im Dezember 2019 für eine Erweiterung des Bettelverbots ausgesprochen und für eine ziemlich radikale Entfernung von, Anführungszeichen, gewerbsmäßigen Bettlern aus Wien. Das hat ihm viel Kritik eingetragen. Ist ja auch keine besonders einfache Idee unter Artikel 10 EMHK. Und das hat dazu geführt, dass er die Äußerung dann wieder zurückgenommen hat. Der damalige Innenminister Wolfgang Sobotka wollte Anfang Februar 2017 das Demonstrationsrecht sehr stark einschränken, zum Beispiel eine zivilrechtliche Haftung von Versammlungsleitern einführen, Spaßdemos untersagen und die Anmeldefrist für Demonstrationen stark erhöhen. Das ist auch nicht so eine einfache Idee unter dem Gesichtspunkt eines effektiven Schutzes der Versammlungsfreiheit unter der EMHK. Und deswegen ist es auch nicht so umgesetzt worden. Der frühere Außen- und Integrationsminister Sebastian Kurz ist für ein Kopftuchverbot im öffentlichen Dienst eingetreten, also dass er noch Außenminister war und die Frauen- und Integrationsministerin Raab hat das 2020 besonders für Lehrerinnen wieder gefordert. Finde ich auch keine besonders gute Idee aus der Sicht der EMHK, vor allem wenn man es so macht wie das Kopftuchverbot in der Volksschule, das ja vom Verfassungsgericht auf aufgehoben wurde, weil es formal neutral formuliert in Wirklichkeit eine Diskriminierung einer Religion war. Die Sicherungshaft für Asylwerber, die die letzte Regierung kurz Strache vorgeschlagen hat, ist in gewisser Weise ein Sonderfall. Ein Sonderfall deshalb, weil die EMHK bei der Haft für Ausländer eine gewisse Schwachstelle hat. Sie erlaubt sie ziemlich ohne Beschränkungen, solange ein Ausweisungsverfahren läuft. Deshalb ist die eigentliche Grenze hier das stärkere innerösterreichische BVG zum Schutz der persönlichen Freiheit, die eine solche Präventivhaft nicht zulässt. Es ist aber auch aus menschenrechtlicher Sicht, nämlich Sicht der EMHK, nicht auf der Hand liegen, dass sowas geht. Einerseits ist wieder die Frage, wie beim Kopftuchverbot, ob nicht in Wirklichkeit dahinter eine Diskriminierung steckt, selbst wenn die Beschränkung, wenn sie für alle gelten würde, zulässig wäre. Und zweitens gibt es einen Fall auch aus Großbritannien, wo der EGMR gesagt hat, das ist kein Ausländerrecht, das ist Terrorismusbekämpfung oder Kriminalitätsbekämpfung. Daher kann man sich auf die spezifisch ausländerrechtlichen Ermächtigungen oder Einschränkungen nicht berufen. Ja, und schließlich gibt es das Terrorpaket, das die Bundesregierung vor kurzem aufgelegt hat. Das enthält eine Reihe von guten Ideen, aber unter anderem auch ein Verbot von religiös motivierten extremistischen Vereinigungen. Ganz schlechte Idee, denn das ist entweder überflüssig oder es ist diskriminierend oder es ist beides. Jedenfalls ist es aus der Sicht der Menschenrechtskonvention etwas, was höchst problematisch ist. Und auch die Richtervereinigung hat ja Ähnliches gesagt, die Oberstaatsanwaltschaft und andere Institutionen innerhalb des Begutachtungsprozesses. In allen diesen Punkten ist es nun wichtig, dass wir den Maßstab der Kontrolle nicht einfach innerstaatlich verändern können und zusätzliche Ermächtigungen für Grundrechtseinschränkungen schaffen können. Das kann Österreich allein nicht, denn diese Möglichkeit ist bei einem völkerrechtlichen Vertrag eben entzogen. Deshalb hat Herbert Kickl schließlich gesagt, wir sollten eine Debatte über die Menschenrechtskonvention führen und sie durch eine ÖMRK, eine österreichische Menschenrechtskonvention, ersetzen. Das nun, meine Damen und Herren, ist eine ganz schlechte Idee. Ich denke, wir sollten bei der Menschenrechtskonvention bleiben, denn die Menschenrechtskonvention schützt uns auch vor uns selbst. Ich bedanke mich. Herzlichen Dank, Herr Professor Merli. Ich bedanke mich. Ich bedanke mich. Ich bedanke mich.